Hallo ihr Lieben, und dann sind wir wieder bei einer weiteren Folge Wirt of Worship. Wieder mit Dente. Hallo. Und wir haben uns entschieden. Ich fahr mit der Alabama und Dente mit was anderem. Okay, gut, ja. Schön. Mit was großem, halt. Ja, ja. Die Stufe, meint er. Ja, mit nem großen, ich will. Ja, definitiv. Äh, weiterhin im Koop, wie versprochen. Okay. Äh, Alabama. Na? Ja, wir suchen einen Leich anscheinend, oder? Ja. Dann haben wir nur Bots. Hm. Nicht ganz alleine. Okay, da kommt einer dazu. Und ein Zerstörer gesetzt sich dazu. Gleich kommt auch Flugzeugträger. Äh, die sind so oder so dabei. Und einer sucht oder nicht, ne? Oh ja. Ja, ja. Nee, keiner dabei. Bitte was? Meine Flugzeugträger, keiner dabei. Ja, ja. Ach, ein Service hier ist britisch für ein Zerstörer. Die Alabama. Kenne ich mir überhaupt noch gar nicht. Dreh die Schüssel oben. Schön. Bitte was? Inde? Ich meine, die britischen Zerstörer kenn ich noch so überhaupt nicht. Hm. Ich hab mir die noch gar nicht angehoben. Tja. Hast du ja echt ne Schüssel oben? Ey, lass meine Schüssel in O, ja. Beschu... Hä, bewundere sie doch nur. Sonst gibt's... Schüssel... Schläger. Okay, ja. Äh, äh... Äh, so... Nun, ja, äh... Wie darf ich mir das vorstellen? Ich nehm die Schüssel ab, komm zu dir rüber und hause die um den Kopf. So dachte ich bitte. Ja. Ungefähr... Immer... Wolange eigentlich? Keine Ahnung, ich möchte auf jeden Fall ja keine Tops fressen. Alles klar. Ja. Vielleicht fahren wir so Richtung, äh... Weiß nicht... C? Und ballern auf B? Klingt doch schön. Hm. Wollen wir mal sehen. Wie schön es wird. Na total schön, natürlich. Na, der hat immer die Karte entdeckt. Ja, eigentlich echt gespannt bei den britischen Zerstörern. Wir gehen ja auch so einzeln. Wir können auch einzeln Tapetes absetzen, wie die Kreuzer, ne? Wunderbar, solange ich keine habe, setze ich mich noch nicht mit diesen Dingern auseinander. Alles klar? Mal gucken, ob ich treffe. Ah, den treffe ich nicht. Na, der fährt ja auch jetzt. Mal gucken. Oder kriegt auch mal so ein paar Momente ab. Hm. Hm. Mal mein Glück bei dem Zerstörer versuchen. Ah, mach mal. Und, er wird lang, oder? Ne. Tritt noch. Ich glaube, ich sollte ein bisschen weiter weghalten. Na, warte, jetzt reicht's. Wer hat er da rein? Ne. Rein eins. Unglaublich. Meine, äh, labärme. Hm. Kommt da hinten an ihr vorne. Nenn sich HIPPA. Hm. Lass doch. Aber das ist falsch. Ist keine HIPPA. Ich glaube, die wird auch gleich weggetraubt. Mit Sicherheit. Thomas war sehr weggetraubt. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Oh, der andere auch. Hä? Ja, sogar ganz viel. Schreit da drehen. Ich störe die ganzen Punkte. Ach, der ist weg. Okay. Er fällt sich angenehm, Möber. Entschuldigung. Hast du nicht gesagt. Ach, der wird ja wohl kaum die Folge gucken. Nein. Und ich glaube, er beschwert sich sogar. Das kratzt mich überhaupt nicht. Weil mein Koop ja auch so ernst gehen muss. Oh ja. Das kratzt mich einfach. Das kratzt mich einfach. So, ich brems mal kurz den Kreuzhaus. Ha 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 ha. Okay. Oh, du bist auch eine Beide-Türbische. Hallo. Aber nicht, dass der dich noch mal austraubt, wenn der noch mehr lang fährt Ähm, wieviel Kilometer waren das? Sechs Echt jetzt? Breit auch noch abgesetzt? Ja, noch nicht was sowas Und die laufen auch noch direkt danach, einer trifft mich auch Habe ich echt noch nicht gesehen, dass wir die breit absetzen, also breit gefächert so Da kannst du doch auch... Ich hoffe, dass die Pots das machen kann Bitte was? Dass die Pots das gemacht haben, habe ich noch nie gesehen Nun, sie werden schlau Ja, die passt zu leer Also übernimm die Kontrolle Oh, neun... ach du meine Güte, wir sind bei neun Minuten Oh je Dann wieder, ich würde sagen, mit der Potschoni Okay Okay Eine Schnappliegertalung Machen wir mal Diese... hm Die hier gibt's ja auch noch Oh Reicht Welche gibt's? Ach, diese gibt's Hm? Tja, die gibt's auch Ich bin jetzt mal ordentlich viele Sechser wieder im Hafen und nicht nur zerstöre Mhm Mhm Das ist doch toll, ne? Du bist jetzt bei 7ern gerade ein Mangel Hm? Was? Bei 7ern habe ich jetzt ein Mangel an Kreuz Oh, Dende Welche Tragödie Ist das so, ja? Was ist du denn für'n Hafen? Ja, ich habe halt nicht so viele Schiffsplätze Ja Ja So eine gewisse andere Personi Tja, ich kaufe sie mir auch Wie gesagt Ich möchte nicht, denn du doch Zeh da im Hafen haben Ja, manche Schiffe behalte ich auch Oh, Dende Ist nicht dein Dende Aber halt nur die, die, die mir wirklich ganz, ganz gut gefallen haben Mhm Aha Die, die Besten der Besten Der allerbesten Sag mal, was macht der Zerstörer? Und wie schnell kann er drehen? Das ist der von vorhin Das ist der von vorhin Für Service Das macht so aber gar keinen Sinn, Juh, dann wird C unser sein Wird wir zu C, ehrlich? Wirds du nicht zu C? Ich mein, okay, gehen wir zu C, dann hoffen mal, dass da ein Bots hinfahren Ansonsten werden wir sehen, wie lange er sich hält, wenn er auf Bots trifft Und ich mein... Äh, hallo? Das macht keinen Sinn Das ist nicht, äh, die Aufgabe eines Zerstörers, hinten rumzufahren Oder? Ne Ja, wär mir jetzt auch neu Vielleicht würde ich dir auch keine Punkte machen Hm Schön war schön auf C, dann Entschuldigung Ich hab mich nicht gemutet Verdammt Das ist deine Schuld Ja, warum? Ich hab gar nichts gemacht Ich kann doch nicht wissen, dass du hustest und dann sag ich dir, du sollst dich muten Wie soll denn das funktionieren? Das geht Na, wo ist er denn? Aha... Wieso hab ich Ampel geladen? Weil du ein Träumer bist Hey, warum macht das jetzt Sinn? Schon Ne, das will ich erklären da Nein, ich will nichts erklären Achso, also darfst du sagen, was gefühlt ist Hä Äh, ja Er hat getrunkt Hm Aber in eine interessante Richtung Wäre ich nicht einmal reingefahren, hätte ich nicht getrunken Vielleicht wollte er dich ja tauben Hm Ja, die kam ja in meine Richtung Hast du da was trefft? Achso, das ist ja reichwert Ich hab nur 14,9 Oh, sie brennt Moment, husten? Okay, fertig geblöckt Katastrophe Wo kommen die Bayern hier um die Ecke? Ich glaube, ja Ach komm schon Was? Ich will auch versuchen gerade das ihnen weg hier anzuschießen Hm Hm Gut, können wir uns mal um die Bayern, ne? Ach, perfekt Ah je, ok Genau, sag ich auch immer Schüsse Ne? Dende? Ach, du sagst auch immer Was? Das hat er bei mir gerade gesagt so ungefähr Hab ich verstanden Er sagt aber nicht blablab Das kannst du knicken Ach Aber ich krieg nicht zusammen, was er genau gesagt hat Zita Baby kommt, also das Zita Schiffchen kommt jetzt so Der wir sieht uns gar nicht an Herr Schiffchen? Was für ein Schiff meinst du? Die Bayern! Auf was schießen war Dende? W- Du hast Zita gesagt Ich bin ein Zita Schiff Achso Mhm Sorry, manchmal bin ich verwörst Na das wirst du Wir so weiter nicht Nein, manchmal Manchmal Na 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 Wenn's weiter geht kannst du mehr Taipedos einjagen Hab ich vorgehabt Denkst du ich schieß mir einen Wolf? Ja, okay, schminko. Den kannst du nicht ausweichen, du schluckig hier. Nur haben bitte keine Zitter von mir. Und der lebt halt. Ich kann dir nicht damit haben. Ich muss mich noch weiter drehen. Dein Feuer ist so toll. Hat das mit Feuer so toll? Ja, bei der O-Bar. Die Torpedo-Dinger. Ja, die sind so hinten. Da musst du ja halb den Arsch hindrehen. Ehm, ja. Ja, nur aus dem Arschtorben. Tente dein Ernst? Ja, ist doch bei dem Schiff so. Du bist so verstorben. Es brennt. Die Bojone, die macht schon echt Spaß. Gefällt mir. Und auch eine tolle Nachladezeit. Obwohl das ein reines Zitter-Schiff hier ist, ey. Und ich kann ja nichts. Eigentlich müsste ich bei anderen Kreuzern wieder fahren. Und die sind halt hier so eine reine Zitter. Treffen aber immer eine Zitter. Alter, hat der nicht jemand. Was? Der zieht auf mich. Boah. Geht gar nicht. Geht gar nicht so was. Okay, ich mach mal ihn auf T. Ein bisschen Wallesburg. Ja, der Flieger werde ich abschießen. Freundchen. Ja, wer will da um die Ecke kommen? Geht gar nicht vor. War die weg? Genau, das sag ich auch nochmal. So ist das. Aha. Ja. Das sieht doch schön aus. Ja, Fenster? Ja. Gut. Dann haben wir das Moment. Boah. So, jetzt aber. Ihr Lieben bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Das konnte jetzt nicht warten, der hustet. Der musste jetzt erstmal raus. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.